Tempelreinigung Chaitanya Bhagavata Shishakhanda 3 Zur Freude der Bhaktas ist Chaitanya wieder nach Puri zurückgekehrt. Gaurachandra schlägt seine Wohnstadt am Meeresufer auf. Er sitzt dort am Strand in der mondhellen Nacht. Wind weht von Süden. Sein ganzer Leib und seine heilige Stirn leuchten von Sandalpasta. Der liebliche Blumenkranz von Chagannats Bildgestalt hängt um seine Brust. Ununterbrochen tönt Hare Krishna von seinen Lippen. Seine Bhaktas sind um ihn gescharrt. Lachend schaut Prabhu auf das Spiel der leuchtenden Wellen. Das gute Glück der Ganga und der Yamuna wird jetzt dem Meer zuteil. Die ganze Nacht tut Prabhu Kirtan mit den Seinen. Er tanzt im Raser des Bremer zu sich selbst. Die Herrchen seiner Gestalt sträuben sich. Tränen, Zittern, Brüllen, Donnern, Schweiß, Farbwechsel. Alle Veränderungen der Bremer Bhakti, die sichtbar werden, sind Teilaspekte seiner selbst. Ganz Chit. Wenn ihr Herr im Bewusstsein des Bhaktas tanzt, sind sie stets bei ihm. Bremer ist nie, auch nicht einen Augenblick abwesend. Er ist unerhört wie in keiner anderen Lila Gottes. Doch nur wer seine Shakti empfängt, erkennt sein Wesen. So tanzt Gaurasundara mit seinen Bhaktas im Bremer-Yoga zu sich selbst die ganze Nacht am Meeresufer. Gadathara ist ununterbrochen mit Prabhu zusammen, beim Essen, Schlafen, Umherwandern. Ununterbrochen dient er ihm. Trunken in Bremer-Raser hört Prabhu zu, wenn Gadathara das Bhagavatam vorträgt. Mit ihm zusammen lauschen die Vaishnavas. Die vielen Bhaktas in Bengalen hören von Chaitanyas Heimkehr. Sie eilen ebenfalls nach Puri und zusammen feiern sie, wie sie es schon dreimal vorher getan haben und noch oftmals tun werden. Gemeinsam das große Wagenfest Jagannath. Erst durch den Aufenthalt Mahaprabhus in Puri, die Wechselreden vor dem Wagen, die in den zeitgenössischen Lebensgeschichten Chaitanyas überliefert werden, ist der innere Sinn dieses uralten Festes wieder offenkundig geworden. Zudem auch, heutzutage noch, alljährlich viele tausend Pilger aus allen Teilen Indiens zusammenströmen. Wenn Chaitanya, so wie er es 21 Jahre zu tun pflegte, täglich vor dem Bildwerk Jagannath Krishnas im Tempel von Puri stand, da war er zumeist im Bewusstsein, dass Rada hatte, als sie mit den anderen Gopis nach vielen Jahren der Trennung nach dem Opferfelde Kurukshetra gepilgert war, um endlich den Geliebten wiederzusehen, als dort anlässlich einer Sonnenfinsternis ein großer Kult stattfand. So wie einstmals Rada in Kurukshetra auf den Geliebten hingeblickt hatte, in Klammer Bhagavatam 10.82.40-49, so sucht nun Chaitanya, der sich als Rada weis, in der fremdartigen Königstracht des Gottes der Allmacht und Majestät, den ewig jugendfrischen Hirtenjüngling Krishna, dem Radha in den liebenden Auen von Vrindaben, einst liebend dienen durfte. Der prunkvolle Tempel Jagannath in Puri, wo Krishna als Herr des Eils verehrt wird, stellt Kurukshetra dar. Einmal, aber in jedem Jahr, begibt es sich im Verlauf des kultischen Dramas, dass Chagannath Krishna seine Tempelburg verlässt und auf einem gewaltigen Wagen, gefolgt vom Wagen seines Bruders Balaram und dem Wagen seiner Schwester Subadra, in Klammer seiner Shakti, der Yoga Maya, auf der heiligen Straße zu einem viel schlichteren Tempel im Grünen, dem Tempel von Kudija hinüberzieht. Dieser Tempel stellt Vrindavan dar. Der verborgene Sinn des alljährlichen Wagenfestes liegt darin, dass Bhagavan Krishna gezogen wird von Radhas mächtiger, dienender Liebe und heimkehrt in sein innerstes Reich, das den Grund aller seiner Lilas bildet, das Reich seiner göttlichen Lieblichkeit und unbekümmerten Ausgelassenheit. So, wie die Auen und Lauben von Vrindavan das Krishna verlassen hatte, den Gopis tot und leer erschienen waren, so stellt der Tempel von Kudija von Wagenfest zu Wagenfest fast ein ganzes Jahr leer. Staub und Schmutz und welke Blätter haben sich in den Tempelhallen angesammelt. Alljährlich pflegte Krishna Chaitanya mit den Seinen, alle mit Wassergrügen und Besen bewaffnet, vor dem neuen Wagenfest eifrigst diesen Tempel zu reinigen, so dass Krishna ein reines, würdiges Haus finden möge, wenn er endlich heimkomme. Der König von Orissa hatte einst angewiesen, dass jeder Wunsch Chaitanyas sofort zu erfüllen sei. Die erste Bitte, die Mahabrabhu je stellte, war zum Staunen des Königs. Hunderte Besen, hunderte Krüge. Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 12.77-159 12.80-182 Dann gab er jeden von ihnen mit seiner heiligen Hand einen Besen und ging mit allen zum Kudija-Tempel. Die Reinigung des Tempels begann damit, dass sie mit den Besen sauber machten. Sie säuberten den Tempel unten und oben, machten den Löwensitz sauber und alle Wände. Nachdem sie den inneren Tempel gereinigt hatten, säuberten sie die Audienzhalle, die Halle vor dem Schrein, wo gesungen und getanzt wird, und die Bhaktas den Anblick von Gottes Bildgestalt haben. In Klammer Shri Jagan Mohan Auf allen Seiten waren hunderte von Bhaktas mit den Besen in der Hand. Prabhu machte sauber und unterwies die anderen im Saubermachen. Sie säuberten den Tempel in der Begeisterung des Prema und sangen den Namen Krishna. Die Bhaktas riefen, Krishna! und jeder tat seine Arbeit. Chaitanyas Gestalt leuchtete grau von Staub und hier und da putzte er mit dem Wasser seine eigenen Tränen. Die Opferhalle Boga Mandapa wurde gereinigt und alle Räume und Gebäude wurden der Reihe nach gesäubert. Grashalme, Staub, Erdkrummern wurden auf einem Haufen gesammelt, in das Obergewand getan und fortgeworfen. Auf diese Weise brachten die Bhaktas Halme und Staub in ekstatischer großer Freude in ihren Kleidern hinaus. Prabhu sagte, wie viel Mühe sich einer beim Säubern gemacht hat, will ich an der Menge von Halmen und Staub sehen. Alle warfen, was sie zusammengefegt hatten, auf einen Haufen. Prabhus Haufen war der größte von allen. Auf diese Weise säuberten sie alles im Inneren. Von Neuem verteilte Prabhu die Arbeit an alle Einzelnen. Den feinen Staub, die feinen Halme und Sandkörner lasen sie auf und säuberten Gottes inneren Raum sehr schön. Als er mit allen Bhaktas zusammen zweimal sauber gemacht hatte, da war Mahabrabhu zufrieden. Dann füllten hunderte Bhaktas hunderte Wasserkrüge mit Wasser. Als Prabhu sagte, bringt Wasser herbei, brachten sie ihm hunderte Krüge. Zuerst wusch Prabhu den Tempel, die Wände oben und unten, die Decken, den Boden des inneren Raumes, den Löwensitz. Mit Scherben oder mit der Hand spritzte er das Wasser empor und säuberte mit diesem Wasser die Wände von oben bis unten. Die Bhaktas wuscheln. Das Wasser füllte nach allen Seiten den Abflusskanal und der Hof wurde ganz nass. Mit seinem eigenen Tuch säuberte Prabhu. Er putzte den Löwensitz mit seinem eigenen Gewand. Mit hunderten Töpfen Wasser wurde der Tempel gesäubert und der Tempel wurde rein, als ob er sein eigenes Herz wäre. Hunderte Bhaktas füllten die Krüge am See und an den Ufertreppen war kein Platz mehr. Einige füllten die Krüge an Brunnen. Fußnote 555 Tief in der Erde gemauerte Brunnen ohne Pumpe. Hunderte Bhaktas kamen mit gefüllten Krügen und die anderen hundert gingen mit leeren Krügen weg. Sie bildeten eine Kette und reichten die Krüge von Hand zu Hand. Krüge stießen aneinander und manche zerbrachen und es wurde allmählich hundert neue Krüge gebracht. Sie füllten mit Wasser, sie spülten den Raum aus. Sie riefen Hari! Außer den Krishna Hari rufen, vernahm man nichts. Krishna, Krishna, sagten sie und übergaben die Krüge. Krishna, Krishna, sagten sie und baten um Krüge. Was immer sie sagten, sie sagten es durch den Namen Krishnas. Für jede Arbeit war der Name Krishna ein Stichwort. Versunken in Brema sagte Prabhu. Krishna, Krishna! Und in Brema versunken verrichtete er selbst die Arbeit von Hunderten, als ob er mit Hunderten Händen wusche und säuberte. Und er ging zu jedem hin und unterwies ihn. Wenn er gute Arbeit sah, dann lobte er. Wenn sie ihm nicht gefiel, sprach er lauteren Tadel aus. Als sie das hörten, wurden sie alle vorsichtig und taten ihre Arbeit gut und sorgfältig. Dann wusch Prabhu die Audienzhalle und die Opferhalle. Dann wusch er die Tanzhalle, die Höfe und Laufgänge. Dann wurden die Küche, wo die Opfergaben bereitet wurden und alle anderen Räume gesäubert. Das Wasser, das aus dem Abflusskanal floss, war wie ein neuer Strom, der dem Meere zufließt. Dann wurde der Rissimha-Tempel gesäubert. Innen und außen. Fußnote 556 Rissimha ist in dieser Lila gleichsam der Torhüter des innersten Gottesreichs. Dann ruhten sie ein wenig aus und fingen an zu tanzen. Auf allen vier Seiten taten die Bhaktas Kirtan. In der Mitte tanzte Prabhu wie ein trunkener Löwe. Schweiß, Zittern, Farbwechsel, Haare sträuben, der Ton des Humkara. Der Tränenstrom wusch seinen Leib und floss dahin. Er begoss die Körper der Bhaktas nach allen Seiten mit seinen Tränen wie eine Wolke im Monat Schrawana. Der Himmel wurde von dem lauteren Sankirtan erfüllt und bei Brabus' Udanda-Tanz zitterte die Erde. Fußnote 557 Ein gottsgrüßendes sich aufwärts werfen wie ein Stab. Ein aufrechter Dandawad. Dann ruhte Mahababu für kurze Zeit und hatte dann seine Wasserspiele im See mit den Bhaktas zusammen. Dann kam er ans Ufer, erwies dem Nrisimhadeva Verehrung und ging in den Hain. Brabu saß mit den Bhaktas zusammen im Hain und Vaninat in Klammer ein Bruder Ramanandas brachte Prasad in Klammer das Mahl. Fußnote 558 Die Szene der Tempelreinigung hat mehrere Schichten. Erstens der Anfänger auf dem Pfade der Bhakti reinigt sein Herz, weil er weiß, dass das leiseste Begehren nach Genuss Bhakti oder Befreiung Mukti mit lauterer Bhakti unvereinbar ist. Wie wäre es möglich, dass ein Aufgang des Glücks der Bhakti zustande käme, solange der böse Geist des Verlangens nach Bhakti und Mukti im Herzen ist? Bhakti Je mehr Liebe einer hat, desto niedrigere Arbeit kann er freudig tun. Das Herz des Bhakti ist überwältigt. Er ist begierig, den Tempel seines Herzens von leisesten Stäubchen zu reinigen, damit sein Herz ein würdiger Aufenthalt für Bhagavan sei. Drittens Doch noch ein Geheimnis ist dabei. Bhagavan selbst ist voll Sehnsucht, so wie ein Bhakti dienen zu dürfen. In der Krishna-Lila wird berichtet, dass Krishna beim Raja-Suya-Opfer selbst den Dienst tat, die Füße der Brahmanen zu waschen. Er, der gleich darauf als Bhagavan die Opfer empfing. Krishna behielt das Glück solchen Dienens für sich. Hier als Chaitanya teilt er es freigebig mit den anderen Bhaktas. Viertens ein noch tieferes Sinn. Chaitanya vom Wesen Rathas ganz erfüllt, säubert den Tempel im Bewusstsein Rathas. Denn Krishna wird ja bald nach Gurdjia kommen. Radha zusammen mit ihren Freundinnen säubert und schmückt die Lauben von Vrindaben für den Geliebten, der in dem fernen Lande weilte und heimkehrt. Die Bhaktas sind in der inneren Lila die Freundinnen Rathas. Prabhu saß mit den Bhaktas zusammen im Hain und Vani Nath brachte Prasad. Mit tiefer Stimme ruft Prabhu Haridas Haridas ruft aus der Ferne und bittet. Prabhu möge zusammen mit den Bhaktas Prasad einnehmen. Es ziemt sich nicht, dass ein so armseliges Wesen wie ich dabei bin. Govinda wird mir später draußen am Tor Prasad geben. So sagt Haridas Prabhu verstand was in seinem Geiste vor sich ging und rief ihn nicht noch einmal. Haridas fühlt sich nicht bloß als Kastenloser. Er fühlt sich vor allem nichtwürdig an dem liebenden Diener der Gopis teilzunehmen, denen sich selbst der Weltenbildner Brahma unendlich unterlegen düngt. In Klammer Brahma der Haridas in einer anderen lila ist. Bhagavatam 10.14.32-34 Und Chaitanya greift nicht in die zeitbedingte religiös-soziale Ordnung der Wandelwelt ein, zu der in Indien auch das Kastensystem gehört. In der Spontanität seines inneren Spiels jedoch kümmert sich Chaitanya nicht um diese Regeln. Zwar achtet er das echte sich erbärmlich fühlen von Haridas und Rupa und Sanatana respektiert ihren Wunsch abseits von den anderen Bhaktas zu leben. Aber er umarmt Rupa und Sanatana und Haridas und wenn Prabhu in Prema versunken die lila aller Shaktis Gottes tanzt, da spielt Haridas stolz die Rolle eines Wächters der Ordnung. Ihm, dem Kastenlosen wird von den Bhaktas der Ehrentitel Takur Hoher Herr gegeben. Und er ist einer der Hauptsänger im Tanz vor dem Wagen Jagannats. Chaitanya wies Haridas eine abgelegene Hütte nahe dem Meer als Aufenthaltsort an und besuchte ihn dort täglich und hatte vielerlei vertrauliche Gespräche mit ihm. In der nachstehenden Unterredung Prabhus mit Haridas, das an das einstige Gespräch mit Vasudeva Datha über die Erlösung der Chivas anklingt, kommt zum Ausdruck, was Chaitanyas lange Wanderung durch den Urwald auf dem Wege nach Vrindaven und zurück nach Puri für die Chivas der Welt bedeutete.